Zum einen habe ich schon viele Signale auch aus der FPÖ erhalten, dass diese Haltung zu Sky Shield, also dem Raketenschutzschirm, die Ablehnung dessen, sehr wohl auch in der FPÖ umstritten ist. Das kommt zwar nicht nach außen, aber es wird doch deutlich auch signalisiert, denn es geht ja hier um eine Sicherheitsfrage, wenn Sie sich zurückerinnern. Die Freiheitliche Partei war über Jahrzehnte eine Partei, die die militärische Landesverteidigung angeblich immer in den Vordergrund gestellt hat, die Gemeinde hat es sehr wichtig, ein wehrhaftes Land zu sein, sogar jetzt auch eine wehrhafte Neutralität. Und dann, wenn es darauf ankommt, dann wenn man sich bewähren kann, dann wenn man einen neuen Weg geht, um mehr Sicherheit und mehr Schutz für die Österreicherinnen und Österreich zu erreichen, da kneift Herbert Kickl, da will er nicht mitmachen und das ist eben das Sicherheitsrisiko, von dem ich gesprochen habe.